Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren neuen Spiel fürs iOS, fürs iPad Pro, Beyond the Steel Sky. Ich weiß nicht, ob ihr Leute das noch kennt, also wenn ihr noch in den 90ern Computerspiele gespielt habt, dann kennt ihr vielleicht Benissa Steel Sky, das ist sozusagen der Vorgänger. Das war ein Point-and-Click-Adventure und da hat man damals eine künstliche Intelligenz verholfen, sozusagen eine Stadt zu leiten danach. Eine gute künstliche Intelligenz. Sozusagen meinen ersten Roboter, den ich gebaut habe. Und ja, ich bin gespannt. Es gibt jetzt eine Fortsetzung nach 20 Jahren oder 30 Jahren, wie lange das jetzt her ist. Und ich bin gespannt, wie das ist. Es ist nicht mehr direkt ein Point-and-Click, es ist jetzt eher ein Action-Adventure gewonnen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich bin sehr gespannt. Alles auf Deutsch eingestellt. So, los geht's, ne? Bin gespannt. Also, das ist der beste Zeit der Tag für Fische, eh, Milo? Ja, Dad. Schau, Foster. Ich benutze diese Bogen Sensor für eine Fisch-Alarm. Es detects die Fische bevor es büht. Schön, Milo. Milo war einfach wie ich als Kind. Und die Technik-Skills, die ich taught ihm, würde helfen, die Village, nachdem ich nachdem. Ich bin dein Freund. Ich bin ja, 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 ich bin ja. Joey und ich waren immer zusammen. Als ich aufgetrente, habe ich ihn aufgetrennt. Er wurde der beste Freund, der ich noch nie hatte. Aber dann... Foster, Foster, warte, die Sensor detecten Fisch. Es ist ein großer Fisch. Was? Es war kein Fisch. Max, keep back. Milo! Dad, what are they? Max! Drop him, you... Dad! Foster! Help me! Help me! Milo hat gone. Milo hat gone. The Machine, too. But its riders had left something behind. Max? Milo? What's happened, Foster? Where's my son? Max? Max! Oh, no! I told them! I told them they were demon stalk in the dark! The stalker that attacked us was a machine, not a demon. Please, Foster, I don't understand. What... What happened? I told Anita everything I could, though I knew very little. Max was barely conscious. I could only hope that with Anita's loving care, he would recover. As for me, I had to follow Milo and his captors immediately. I'll bring Milo home, Anita. I promise. Thank you, Foster. I know you will. Dawn was breaking as I left the village. Featureless wastes of the gaps stretched away from me. Night followed day, then day dawned once more. Time lost meaning as the tracks beckoned me ever forward. Determination had long replaced sadness. Whatever it took, I would find Milo. The tracks were barely visible now, blurred by the wind. But I was sure I'd reach their destination soon. Then I saw the thing I feared the most approaching. Sandstorm. I battled forward, but now I could only guess that my direction was correct. I decided to save my energy and sank into a sleep. Maybe the old woman was right. Maybe demons did stalk the gap. But as it shrieked and thundered around me, the storm brought back my nightmare once more. Union City security was attacking. As my tribe screamed in terror, I salvaged Joey's motherboard. Taken captive, I couldn't save my village. But I survived when the security copter crashed, entering Union City. On the run, I soon got Joey working. Upgraded yet again, he helped me overthrow the evil that ran the city. As I left, I told him to make the citizens happy. Union City was no place for me. I wanted to be where I could do most good, helping the scattered people of the gap. I woke to find the storm had passed. But not without finishing its cruel work. The tracks were gone. I was lost. And so, I feared, was Milo. Then, I heard them. Gang-gang birds. Scavengers. And in this wasteland, that meant only one thing. People. That meant only one thing. I'm sure that if I could find where the stalker had gone, I would find Milo. Then, in the distance, I saw a girl crouching over a body. I saw it. I saw it. I saw it. I saw it. Ich habe mich über das Spiel gar nicht informiert, aber ich sehe ja, das ist ja eine Fortsetzung. Wie cool ist das denn? So, na gut, dann wollen wir uns mal bewegen hier. Da hinten ist das Mädel und beugt sich über den Typen. Mal sehen, was der so kann. Tippe zum Brennen, die linke Bildschirme hat er schnell an und hat sie gedrückt. Hier ist. Funktioniert. Eine Frau hat ein Gerät für die lebenslösen Hand. Hey, Entschuldigung. Okay. Objekte, mit denen Forster interagieren kann, sind durch den Fadenkreuz hervorgehoben. Zentriere den Bildschirm auf ein gewähltes Objekt und gehe näher an. Okay, die Vögel irgendwie ablenken würde ich sagen. Okay, jetzt habe ich noch in meiner Tasche. Ist er, ja? Tippe im Mini-Duktion, um mit dem Objekt zu interagieren. Ein Körper, also er hat ihn verabschiedet, um mit einem Rock zu interagieren. Ne, da nicht! Ach! Ah, ok, jetzt weiß ich, ich kann auch auf dem Kakadu was nehmen, zum Beispiel. Ein Stück Kuchen vielleicht. Ne, da stürzen sie sich drauf. Die Frau hat etwas mit der Hand gemacht. Ich habe mich gefragt, was. Er hat sicherlich für Tage geblieben. Das Logo. Ich habe es vorher gesehen. Auf den Androiden, die Milo genommen haben. Die Frau war mein einziger Lied. Ich musste sie folgen. Ich war zurück. Das ist ganz cool. Er erzählt die Geschichte, muss ich sagen. Gefällt mir. Und grafisch, schon nicht verkehrt. Ich habe überlegt, was es jetzt gibt. Hat ein bisschen den Stil von Borderlands. Also Seltsam. Ganz aufgeblüht sieht es nicht aus. Oh, da sieht ein bisschen Schrot aus. Na, guck mal. Ok. 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 Ok magist возм Heckz. Ok. 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 Minos ist das System interkontaktiert, das überall und alles kontrolliert. Alles? Das klingt sehr ähnlich wie Link. Für die convenience aller Bürger. Und, ein Wort für die Wiese, kein U-chips, kein Access zu den Minos-Devices. Nicht sogar die Venden-Machines. Also, nicht registriert! Hm... Wie kann ich zur Immigration kommen? Der Terminal ist an der Wälder des Garten. Die richtige Route ist bei diesen Signen. Als nächstes du registriert, kannst du die Minos-Devices accessieren. Okay. Gut. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Gucken wir nochmal. Wie viele sind die Vögel hier? Es gab einen strange Schuch. Wie viele Tote. Kann ich die in die Lübchen schauen? Was ich versucht habe zu detecten, ich hatte keine. Okay, wir müssen also erstmal registrieren. Wo war das? Wo war das? Das ist bei der Mauer, ne? Wo ist das da? Drüben? Wir gehen da mal hin. Da ist das Pfeil. Der Bild... Dinge... Das war jetzt eine Bank. Ich gehe noch kurz hin. Ich habe nicht so gut gemeint. Hat sie gedacht das ist das? Finden wir schon. Na ja. Im Park. Wir können nichts benutzen. Ist das ein Handgerät? Okay. Wir nutzen erstmal. Lege deine Hand unten, um dein U-Chip-Implant zu bekommen. Du bist schon weg. U-Chip-Implant erfolgreich. Du bist jetzt mit Union-System. Ein U-Chip hat in die Hand geplant wurde. Ich war nicht sicher wie es mir helfen würde. Hm. Wir schicken jetzt überall rein. Wir werden jetzt hier auch rein. Wäre auch zu einfach gewesen. Da hat man wahrscheinlich verschiedene... Da hat man wahrscheinlich verschiedene... ...Stufen, ne? Die man hat. Wo man reinkommt, wo man nicht reinkommt. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein. Not at all, sir. Joey the Savior was a great leader. Citizen happiness reached unprecedented levels. Good to hear it. I happen to be an old friend of his. Oh, we're all friends of Joey, sir. Gone but not forgotten. Is there some way I can speak to Joey? Sadly not, sir. Oh, you mean he's not around at all? Gone to a better place, sir. Went to find peace after a lifetime of service. Some say he strode out into the gap one morning. Others say he took a boat at dusk and went to explore other lands. So who runs the city now? The council of elected ministers, of course. A child has been kidnapped from my village. From your village? Was the child a registered citizen of Union City? No, his name is Milo. No, his name is Milo. Ah, that's right. Polite apology. Minos could only concern itself. Ah, okay. And isn't hope a wonderful thing? And isn't hope a wonderful thing? In the meantime, do you have any other queries? Have a nice day. In Union City, sir, there is no other kind of day. It's okay. Oh, we're here. Moin. Sir, excuse me, sir. Are you? Whatever you're selling, I am buying. No, no, I'm not selling any- A likely story. Name's Wendell. Joe Wendell. Nice to meet you. That remains to be seen. Listen, you haven't seen a child come through here, have you? Pinched something of yours. No, he was kidnapped from a nearby village. Oh, I see. Sorry to hear that. You're not the first I've heard talking about kids going missing in the gap. But I've never seen any come through here. Have you asked those kids over by the playground? They've been here a lot longer than me. Okay. I don't want to alarm you, but there's a strange odor wafting from the back of your truck. I don't smell out. Really? Because it's like... Except the splendid scent of tasty mini-kays. The finest organic knack-verse the gap has to offer. Don't believe me. Look at those gang-gangs. They love my knack-verse. Can't chase them away. It's a mini-kays. So, your truck is full of mini-knack-verse? You betcha. Mini-kays. Best in the gap. Even contains some real meat. You're welcome to check out, Phil. Back of the truck's open, although... The doors like to play silly beggars. Oh? Requires a special technique. Ritual, you could call it. Ritual? Aye. Now, listen carefully. Step one, give the bumper a wallop. Step two, do a little jig. Step three, pull the door and jerk it hard. Wallop, jig, pull. Is that it? That's it, lad. And remember the order. The doors, they're locked shut. Not locked, jammed. Ah, and I'm all out of lubricant. So, how can I get in? Didn't you listen? It's a ritual. First off, give the bumper a good wallop. Then, do a little jig. A jig? Aye, a jig. Then, pull the door hard. Pretty technical, huh? Have to move with the times, pal. Okay. I'll be back. I'll be back. I'll be here. Give the first over 500 bucks. I'll be back. I'll be back. I can see the next step. I can see the front. It's a turn, right? I can see the back. Those birds are not going to let me anywhere near the back of the truck. Na gut, können wir aber nicht soviel machen, oder gehen, gucken wir nach vorne was machen. Oh, ich bin nicht durch, jetzt war. Es war ein feines Raum, wo die Power-Sell war. Was gemacht hat damals? Das war eine Gesundheitsabgestaltung. Das war eine Informationsvoraal. Oh, okay. So. Mal zum Spielplatz hat er gesagt, wir können die Kinder mal fragen, die haben ein bisschen was gesehen vielleicht. Vielleicht wissen die, was wir schon nennen. Hey, Kind. Hey, weird guy. Mein Name ist nicht weird guy. Ich bin Pixel. Es ist leicht zu erinnern, weil es mit Pickle riemen. So, so macht es. Ich bin Foster. Ich bin das einfach. Weil deine Name mit Fossil und du bist alt. Danke, Kind. Okay. Ich bin ein Freund von dir. Ich bin ein Freund von deinem Alter, der Name Milo, der hier kam. Du fragst den richtigen Mann? Ich erinnere mich alle Fälle, die hier kam, seit ich ein kleiner Kind. Ja? Wie viele ist das? Wie, zumindest 12? Wie kurz sind wir sprechen? Eine Zeit über die letzten paar Nacht. Oh. Ich wusste nicht. Ich habe keine Kinder gesehen. Oh. Was ist mit dem Roundabout? Es tut. Schlecht du besetzt? Ja. Schlecht du besetzt? Ich habe keine Kinder mit heute Morgen gesehen. Ein Fahrzeug kam hier vor kurzem? Vielleicht. Wie lange ist das? Wie lange ist das? Wie zwei Nachts vor? Oh. Dann definitiv nicht. Aber warte. Two Nachts vor? Mein Bruder Vauxhall, er hat einen giganten Monster gesehen. Was? Was? Mein Bruder, erinnere ich? Kann ich mit ihm sprechen? Kann ich mit ihm sprechen? Ich denke. Aber er ist nicht so Freundlich oder hilfreich als ich. Die reale Frage ist, ob er mit dir sprechen kann? Er hat ihn mit dir gesprochen? Er hat ihn schon seit zwei Tagen geschaut. Er hat niemanden, aber ich. Kannst du mir sagen, woher ihn finden? Vielleicht wird er mit mir sprechen. Nuh-uh. Ja. Du musst diese Informationen erhören. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt vertraut kann. Dein Rund-A-Bout hat wahrscheinlich eine Reihe für einen Grund. Ja. Und der Grund ist, dass Herr Hobsworth dumm ist. Kannst du es fixieren? Wir sehen uns wieder. Komm her, wenn du etwas brauchst. Der ist auch noch ein Typ. Kannst du ernsthaft sagen? Wo ist denn es hin? Da. Ich erinnere mich die Frau. Sie war die Frau, die mich abgeholt hat. Stimmt. Entschuldigung? Hallo? Du? 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 Serviceist du? Wann tra contenZohn doch man es warnd? Nein meine Meinung nach Du hattest dich nicht nicht. Frau? Pust du dich nicht nach? Wann s Ne? Wer fragt trotzdem nach einem Kind? Das ist ein Big Steve. Okay. Okay. Tell me about this Deet. Simple. I collect IDs and I use the Deet to swap them. At least I did until Big Steve grabbed it. Keep talking. What? What do you trade? Like I said, sometimes people from outside want stuff from the inside. Sometimes people from inside want stuff from the outside. The second one doesn't happen very often since inside got like everything and free. But it happens. Okay. Okay. What were you doing out there in the desert with that corpse? I'm not crazy. I'm not crazy. Sure you're not. That's all for now. Thanks. Oh wait. No. Come back if you want to talk business. So. For someone with a business interest in dead bodies. No. 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 Ah. Not to win. So what we're going to talk about here. We'll run toھی details in some 4k. So. The Autobahn�s as well looks very vicious. The Bear-SqueAS looking for people too. Okay, you've stuck down the downside. No. No. Obviously I like thispie, a bit. You're gonna keep talking. insa room for one. Nun gut, haben wir den ersten Eindruck gewonnen, aber das soll es auch gewesen sein für heute erstmal. Wir schauen uns das Ganze mal weiter an. Klingt natürlich mal sehr interessant. Was ist denn für ein Automat hier? Das ist ja cool. Okay, haben wir eine Dose von dem Zeug bekommen. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Naja, ich werde jetzt erstmal ausmachen und ich hoffe ihr seid nächstes Mal dabei. Vielen Dank und bis dahin, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.